Endlich ein Geschenk, das jeden Wunsch erfüllt. Premiere World. Die Family World. Mit Doku, Disney Channel und jeder Menge Spaß und Spannung für die ganze Familie. Hallo. Ach, der Dieter ist gerade nicht da. Aber der Dieter sagt, dass das neue Premiere World richtig toll ist. Dieter sagt, jeder kann selbst bestimmen, was er gerade sehen möchte. Also, Premiere World ist so toll, sagt der Dieter, dass er es mir glatt zu Weihnachten schenkt. Ist das nicht nett? Premiere World. You Personal TV. Ich sag schon mal Danke, Dieter. Hallo. Der Thomas ist gerade raus. Aber dann kann ich endlich mal was erzählen über das neue Premiere World. Wenn ich knallerte Action sehen will, dann gucke ich mir keinen Liebesfilm an. Und wenn ich Boxen sehen will, dann möchte ich erst recht keinen Liebesfilm gucken. Und zu Weihnachten, da schenke ich das auch meinem Thomas. Damit endlich mal alles so läuft, wie er das will.